Okay, okay, okay. Das passiert jetzt nichts. Bitte, bitte, bitte. So, der Kerl und ich musste pinkeln. Ich musste jetzt wirklich pinkeln! Äh, doch, okay, das gibt einen Ovo-Sound. War der nicht bei 5? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Ne, 1k ist Kupo. Den hat Stefan einmal gemacht. So, die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch ein Teil beaufsichtigen. Wenn er nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Während ich vorlese, ja? Während ich vorlese und nichts ahnt hier. Oh, verjungen, dein Ernst? Oh, während ich vorlese. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Oh, das ist mies. Ja, mein Ernst, du kannst mich mal. Nein, ich werde auch nicht mehr alt. Dankeschön, verjungen. Arsch, das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch. Verjungen, es ist der einzige Zeitpunkt jetzt für ein Gespräch. Was soll das? Außer, wenn ich selbst Gespräche führe. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Wir haben einen anderen. Was? Einen anderen was? Ich weiß, es ist late, aber du willst diesen einen sehen, Jack. Jack? Oh, was? Ich bin aus. I'm out. Ich gehe jetzt nie, nein. Ich ersticke am Energy. Verrecke! So wie ich gleich verrecke! Sorry, bei C-Karten, ey. Weil das passiert halt nicht wirklich. Deswegen, Alter, Stefan, nur alter Übertreiber. Danke für 5000 Bits. Hast du sie noch alle? Elfmal läuft, Liz. Ja, ich kann elfmal. Alter, ich sterbe gerade. Halt die Klappe! Nein, lass mich, ich bin gerade... Mein Herz ist gerade... Okay, ähm... Wo ist jetzt schon meine Taschenlampe? Warum ist meine Taschenlampe immer weg? Da liegt sie. Wo ist mein Beeren-Spray? Da. Okay. Null zur Sicherheit. Ich brauche noch ein Bit-Abzeichen. Komm! Pffst! Jack, du hast es? Okay, ich sage dir was. Ich habe keine Energie, um das zu tun zu tun. Ich habe hier, um meinen Schein zu verbringern, arbeiten auf dem alten Schraubstoff-Generator. Aber jetzt sehe ich das. Was siehst du? Ich habe mehr Schraub in den Westen. Es ist, als ob wir noch einen Camper haben. Es scheint, in deinem Sektor zu sein. Siehst du das Campsite von deinem Ende? Neee? Wait a minute. Es ist mitten in der Nacht und nicht so jetzt in den Wald raus. Drink more smoke to my west. Looks like we got another Camper. It appears to be in your sector. Okay, das passt zum Horror. Oh, scheiße. Oh, fuck my life. Ja, ja, cool. Sehr richtig, nice. Ja. Sag mal, mein Update hat jetzt aber auch nicht funktioniert, oder? Dankeschön, Faye. Ich weiß schon, wie ich alles gleich bannen werde. Oh. Oh, up to date. Okay. 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 Hintergrund ist jetzt grün. Ja, nur ich sehe nicht, dass hier noch irgendwas Neues. Ich sag jetzt, ich sag jetzt im Dunkeln in den Wald. Ich glaube, ich, ich glaub, nee. Ach so, du ruhst dich jetzt aus und ich so jetzt... Ja, na klar. Oh, mein Gott, du wie du. Es ist ja fantastisch alles. Mein Gott, ist doch nicht dein Ernst. Ach, Faye, Junge, ne? Du willst mich gerade umbringen. Kann das sein? Boah. Das Spiel macht mich richtig fertig. Und noch dann da schöne Salz in die Wunde, ne? Wunderbar. Danke, danke, das weiß ich. Ich teste noch... Ja, ja, test... Ja. Ja. Würde ich auch behaupten? Ach, der schläft jetzt, was für ein Drecksack. Fühlte ich... Fühlte mich nicht sicher, die Treppen runter zu gehen. Äh, okay. Das heißt jetzt... Ach so, soll ich die Tür zumachen? Ach, ich dachte, da war ja gerade irgendwas Rotes geschrieben. Ich krieg schon Hallos. Danke, Leute. Ich kriege euch schon Halluzinationen. Wieso? Ja, natürlich gegen euch. Soll ich mir das jetzt hier so anschauen, oder was? Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Das Einzige, was in diesem Moment Sinn machte, war Beweise zu sammeln. Äh, okay. Der Kuckucksklamm... Ziegen... Verehrende... Obsidianenhaufen. Okay. Und wir sollen jetzt da hin. Oder auch nicht. Ich soll Beweise sammeln. Ach so, mach ein Foto. Dann mach ein Foto. ... Gasp? Gasp? Musik 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 ist das dein ernst ich bin unter dem bett mit todesangst habt ihr nicht mal gehört ernsthaft hat kupo gesagt sehr leise bei mir ist das voll laut mit alle scheißen wirklich warum ist es bei mir so laut warum erschrecke ich mich dann spiel nicht mehr ja bei mir ich habe noch mein mischpult dran und da ist es noch mal anders eingestellt wahrscheinlich deswegen und da habe ich die lautstärke noch mal anders okay 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 what the fuck das hat mich was getötet es ist das letzte hier unten schätzt mal alter was was zeit verging wie im flug conners generator musste repariert werden also musste ich auf sein teil beaufsichtigen wenn es nicht brannte habe ich nur zweimal am tag nach connor gesehen also das war das ok was zum was sollte ich jetzt machen das war jetzt anders wild Also du wartest draußen auf mich? Kannst du das bitte? Warum leckt jetzt mein Spiel so übelst? Ist wieder V-Sync aus? Das Spiel leckt gerade übelst. Wie komme ich denn jetzt ins Menü, weil mit Escape auf jeden Fall nicht, da komme ich nur zu den Nachrichten. Muss ich nochmal das Spiel ausmachen? Ich glaube, das hat sich resettet, ne? Killen lassen? Ja... Ah ja, manche Einsteigen muss man immer neu anmachen. Okay, dann müssen wir das Spiel nochmal neu starten. Äh... Weil ich komme da gerade nicht mehr raus. Aber gut zu wissen. Dann stellen wir das direkt nochmal ein. Okay. All music tracks in this video game are copyright free. Okay, okay. Er hat das wieder rausgehauen. Ich glaube, es sperrt sich jetzt auch... Okay, doch nicht. Das sah aus, als ob es sich aufgehangen hat. Sprache ändert sich auch immer. Oh. Okay, gerade nicht. Habe ich Glück gehabt? Ja, da habe ich gerade Glück gehabt. Dann hätte ich nochmal starten müssen. Aber achten wir dann darauf, wenn ich hier sterbe. Was ich nicht möchte. Das war gerade echt Kacke. Ja. Ja, ja. Ja, okay. Wir gucken. So, jetzt geht es wieder besser. Ja, 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 ja. Tch. Um Gottes Willen. Achso, ich brauche ja eh das Ferngras. Wobei, nee, wir wollen ja ein Foto... Nee, wir brauchen ein Ferngras und dann das... Genau. Ich lasse das Licht ja noch diesmal aus. Deh, 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 deh. Kann ich irgendwas einstellen? Nein, ne? Ja, entschuldig. Ich hab jetzt so Angst gedrückt. Fuck it. Oh, legt er sich jetzt hin zum Schla... Oh, ich dachte gerade. Der Angstspritzer. Scheiße. Was müssen wir denn jetzt aber machen? Der wartet draußen. Der wartet draußen. Das ist ja vorbei. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Au, what the fuck? Das hat wehgetan. Also ich soll fliehen, aber... Wohin? Der kriegt mich ja. Meiner ist gelaufen, als ob er sich gerade voll fett in die Hose geschissen hat. Ja, bitte, Feiyo. Das nehme ich gerade gerne an, weil ich habe... Ich kann mich in die Toilette verstecken. Das war meine Idee eigentlich, aber dann bin ich schnell abgehauen. Ich glaube, der Parkplatz ist in der anderen Richtung. Parkplatz? Die Toilette? Okay. Dann machen wir das. Weil so langsam, wie er ist... Vielleicht kann ich es wieder anspringen. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt ein normales Lebewesen ist. Der hat so doll geschrieben, meine Ohren... Ich bin jetzt ein bisschen taub. Sie spreadet sich höchstens in die Hose. Ja. True. So. Da ist das Spiel. Oh nein, das ist ja auch mal... ...schlimm und so. Oh. Ich liebe es so sehr. Ich liebe es. 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 Ich liebe es.